Das ist mal respektabel. Ich habe die schwere Ausrüstung genommen und bin nach Norden zur Messestation gegangen. Wir haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid. Viel Glück! Mehr habe ich hier wohl nicht. Das lag aber eher nicht schlecht. Und da ist es jetzt hier ab nach unten. Puh. Einen Sprecherpunkt mache ich noch an den Schluss. Also eine Szene. Mal wieder aufladen hier, die ganze. Mehr gibt es nicht von dem. Schade. Da ich keine Filter aufheben kann. Verstehe ich nicht. Na egal. Ich höre Flattermäuse. Gibt es hier nichts in der Ecke? Also eine Ecke anscheinend nicht. Mhm. Ei. Oh, ich hasse diese Flattermäuse. Oh, du hast mich zu Tode erschreckt. Bin froh, dass du es geschafft hast. Ich hatte schon gedacht, du warst hinüber. So lässt es mir auch schon wieder nicht kill, Freund. Wir sind fast da. Nur noch einen Hof weiter. Hier hinten gibt es bestimmt auch noch irgendwas zu holen. Hey, Bingo! Tolle Waffe, ehrlich. Die darf ich natürlich nicht mitnehmen. Renn doch nicht alleine, du Bastard. Die sind echt schwer zu killen mit der Waffe. Muss man da hinten gucken, was da noch so liegt. Ist hier nicht nur ein Typ. Komm schon, Riff, egal. Genau, was tolles irgendwie, ne? Wir haben die Zonen für alles wieder gefunden. Echt, ist gut. Scheiße, kannst du sie hören? Lass uns ein Stück zurückfallen. Betroffen, ihr Wichser. Betroffen, ihr Wichser. Treffen ist hier richtig angesagt, ehrlich. Friss. Nein, nein, nein. Voll lecker, Alter, die Viecher, Mann. Boah, Metzl, 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 ey. Nicht nett, ey. Nicht nett, ey. Scheiße, jetzt volle Kraft voraus, Atiom. Mir nach. Muss wohl. Bamm. Alles aufeinander. Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Da müssen wir gleich wohl weg. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Da läuft mein Geld davon. Verdammtes Pech. Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Und drin. Wir sind gut. Halt! Wer bist du? Hey! Ich brauche Licht! Ohohohohoho! Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich! Der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hin wollen, hä? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung! Das bringen wir später zu Ende. Bewegung! Und wer jetzt? Was machen wir? Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Ja. Also, gib mir meine Magazine. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Verdammtes Pech. Das sind ja auch einfach nicht alles. Ich bin sicher im Knopf. Ich habe gehört, aber nicht immer wissen, weil sie nicht alles so schlecht ist und unbedingt immer wieder in Ruhe. Das ist nicht so wichtig. Da ist nie so ein therapies. Wo solltest du nicht? Das ist einfach unser Kappenmacher. Dann caffeine das nicht. Die Kappenmacher halte die Kappenmacher Course. Ah, Schalldämpfer ist das. Damit kann ich Leute legen, die ich eigentlich, die mich normalerweise nicht sehen dürfen. Das ist nicht schlecht eigentlich, ne? So ein Schalldämpfer ist immer praktisch. Aber ich hab nicht alle Waffen mit Schalldämpfer. Das ist das Dumme.